Jetzt gerade arbeiten wir 40 Stunden die Woche, um den ewigen Wachstum zu befeuern. Was dabei hinten runterfällt, ist Zeit mit der Familie zu verbringen, Zeit in der Gemeinschaft zu verbringen, Dinge tun, die dich zufrieden machen, wie handwerklich arbeiten, Gärtnerei. Wir haben Wissenschaft darüber, wie viel Zufriedenheit das in uns auslöst, diese Dinge zu tun. Wenn wir dahin gehen und sagen, okay, wir steigen aus dem ewigen Wachstum aus, zu einem Halten unseres Wohlstands, dann müssen wir vielleicht auch nicht mehr so viel arbeiten. Dann haben wir mehr Zeit für persönliche Beziehungen, dadurch werden wir auch glücklicher, dadurch werden wir gesünder. Es hat so viele Co-Benefits, dass man praktisch dieses neue Lebensmodell nicht unter den ewigen Verzicht und diese Angst vor diesem Verzicht stellt, sondern welche Benefits, welche Vorteile habe ich denn dadurch?